Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Auf diese Stelle konzentrieren! Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Patze rum! Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Patze rum! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Nicht gut. Der ging nicht durch. Schützgelab. Wir haben sie kaum angekratzt. Schützgelab. Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Wir haben sie voll erwischt. Diesen Bereich fokussieren. Der ist sauber durchgegangen. Der Gegner weiß, wo wir sind. Wir haben die Panzerung durchschlagen. Wir haben die Panzerung durchschlagen. Der Gegner weiß, wo wir sind. Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzer rum. Geladen! Flieg los! Der Gegner zielt auf uns! Wir haben eine Kette verloren! Diese schlechte Weiße! Die muss ein dick! Was ist die Schmuck? Wer ist das? Wir haben die Grenzer umdurchschlagen! Schuss bereit! Schießen wir mit Wattebällchen? Nicht gut! Er ging nicht durch! Das hat ein großes Loch hinterlassen! Schuss bereit! Geh aus! Gut! Das war's. Das war's. Wir haben es geschafft! Gewonnen! Das war's.